liebe wissbegierige in ebikon am 13 1 des jahres 2020 treten bernhard hohecker und ich in ebikon auf und zwar mit dem programm gute frage ihr stellt fragen die wir beantworten alle fragen die irgendjemand im publikum jemals gehabt haben sollte werden an diesem abend endgültig beantwortet und ich freue mich darauf diebisch ebikon bis bald hori do so 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 so